Pferde wetten 22.04.2019 mit Quantenmechanik-String-Theorie-Festkränkung gewinnen Autor Deselza-Mackenzi-YouTube Heute ist Ostermontag, der 22.04.2019 und ich werde gleich per Internet in Australien I. Hentowom war das dortige zweite Pferderennen um 4.37 Uhr deutscher Zeit Dort sind es 9 Stunden später, wetten Hier zunächst die Daten der Pferde Pferd Nummer 1 Vorigast 66 mit fallender Tendenz Ein 5-jähriger Hengst mit 59 Kilo und das Pferd hat 2 Stärks und einen Platz Pferd Nummer 2 Vorigast 244 mit fallender Tendenz Ein 5-jähriger Wallach mit 59 Kilo Pferd Nummer 3 Vorigast 51 mit fallender Tendenz Ein 4-jähriger Wallach mit 58 Kilo Pferd Nummer 4 Vorigast 290 mit steigender Tendenz Ein 5-jähriger Wallach mit 59 Kilo Pferd Nummer 5 Vorigast 138 mit fallender Tendenz Ein 4-jähriger Wallach mit 58 Kilo und das Pferd hat bisher einen Start Pferd Nummer 6 startet nicht ein 4-jähriger Wallach mit Kilo Pferd Nummer 7 Vorigast 50 mit fallender Tendenz Eine 4-jährige Stute mit 55 Kilo und kurzform 45342 und das Pferd hat bisher 5 Starts und 2 Plätze Pferd Nummer 8 startet nicht eine 6-jährige Wallach 55 Kilo kurzform 22620 und das Pferd hat bisher 16 Starts und 6 Plätze Startet hier aber nicht Pferd Nummer 9 startet ebenfalls nicht Ein 7-jähriger Wallach 55 Kilo und kurzform 38082 und das Pferd hat bisher 10 Starts und 2 Plätze Startet hier aber nicht Pferd Nummer 10 Vorigast 183 mit fallender Tendenz Eine 4-jährige Stute mit 54 Kilo und kurzform 72434 und das Pferd hat bisher 13 Starts und 2 Plätze Pferd Nummer 11 Vorigast 59 mit steigender Tendenz Eine 4-jährige Stute mit 54 Kilo und kurzform 28482 und das Pferd hat bisher 15 Starts und 3 Plätze Pferd Nummer 12 Vorigast 53 mit steigender Tendenz Ein 6-jähriger Wallach mit 54 Kilo kurzform 34765 und das Pferd hat bisher 18 Starts und 4 Plätze Pferd Nummer 13 Vorigast 270 mit fallender Tendenz Eine 4-jährige Stute mit 54 Kilo und kurzform 98890 und das Pferd hat bisher 8 Starts Pferd Nummer 14 Vorigast 280 mit steigender Tendenz Eine 4-jährige Stute mit 54 Kilo und kurzform 7700 und das Pferd hat bisher 4 Starts Insgesamt waren 14 Pferde gemeldet aber es starten eben nur 11 Pferde Ich werde jetzt durch die Quantenmechanik und die Stringtheorie ausrechnen welche 2 Pferde die besten Chancen haben ganz vorne durchs Ziel zu laufen, die ich dann auch wetten werde Der Start ist um 4.37 Uhr deutscher Zeit, in Australien ist es dann schon Nachmittag Habe nun errechnet, Pferd Nummer 4 und Pferd Nummer 5 werde ich wetten, als Siegpferde Und nun startet das Pferd Nummer 4 liegt vorne und gewinnt Ich bekomme eine hohe Quote von 90 für Pferd Nummer 4, was ich ja gewettet habe